Hallo und danke für das Einschalten bei Männerküche.com, eurem Grillshop in Karlsruhe. Heute geht es mal um das Grillzubehör von Campingars, denn Campingars hat ja unter anderem die Master-Serie, die einen modularen Grillrost hat. Das heißt, ich kann hier einen Einsatz herausnehmen und stattdessen verschiedenes Zubehör einsetzen. Was es da alles so gibt, erkläre ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, ich fange mal mit dem ersten Zubehör an. Das wäre der Wok von Campingars. Dafür nehmen wir einmal den Original-Einsatz heraus. Halb-Warm-Halterrohrs nehme ich auch raus, einfach, dass ich nach oben hin mehr Platz habe. Dann zum Lieferumfang des Woks gehört einmal dieser Einsatz. Den setzen wir hier ein. Und dann kann auch schon der Wok drauf. Der Wok hat einmal einen Holzgriff, eine Schlaufe, dass man auch aufhängen kann. Hat einen geraden Boden. Das heißt, wenn ich diesen Einsatz nicht habe, könnte ich ihn auch auf eine Seidenkochstelle stellen. Dann kommt der Wok einfach hier drauf. Beim Lieferumfang des Woks ist auch nochmal Holzbesteck dabei. Könnte man auch hier nochmal aufhängen, wenn man wollte. Und ansonsten kommt der Wok, wie gesagt, hier rein. Deckel muss natürlich offen bleiben. Der geht nicht zu, wegen dem Griff. Der schaut dann heraus. Aber ich kann hier beide Brenner anstellen des Grills. Das heißt, ich habe dann schon ordentlich Leistung, wenn ich woken möchte. Kommen wir zum nächsten Zubehörteil, das es gibt. Das wäre dann der Hähnchenbräter oder Hähnchenaufsatz, je nachdem, wie man sagen will. Dafür kommt auch wieder der eine Teil des Warmhalterostes raus. Was ich übrigens ganz gut finde, dass es immer nur die Hälfte ist, die raus kann. Dann kann ich ja immer noch ein Baguette aufbacken oder ein paar Brötchen oder sonst was. Ich habe immer noch indirekte Grillfläche, die ich nutzen kann. Während hier dann ein Hähnchenbrät und zwar in diesem Teil hier. Schaut aus wie eine Pfanne. Hat zwei Griffe. Das Ganze ist an die Haft beschichtet. Kommt dann in den Einsatz rein. Hier kann ich noch Flüssigkeit einfüllen, je nachdem, was ich möchte. Dann kommt das zweite Teil hier rein. Das Hähnchen kann dann hier oben drauf. Und hier außenrum kann ich noch ein paar Gemüse, Kartoffeln, Zucchini, Paprika und so weiter kann ich einfach mitbraten, bis das Hähnchen fertig ist. Der Saft vom Hähnchen läuft dann in die Pfanne hier hinein. So bekommt das Gemüse dann auch noch was ab. Gibt dann nochmal extra Geschmack. Also dieses Zubehörteil ist eins von dem, was eigentlich am häufigsten mit dem Grill dazugenommen wird. Das nächste, was man in die Öffnung des modularen Gussrostes setzen kann, wäre eine Paella Pfanne. Und zwar ist das dieses Teil hier. Hat auch wieder zwei Griffe. Ist an die Haft beschichtet. Ist etwas größer als der Hähnchenbräter. Kann man hier einsetzen. Klassisch Paella machen, wozu es auch gedacht ist. Ich glaube ich selber würde es eher als normale Pfanne benutzen. Kann da drin was anbraten. Kann ein bisschen Ölfett hinein machen. Wenn ich was machen will, theoretisch könnte ich hier drin Schnitzel machen. Frikadellen, was auch immer. Oder zum Frühstück paar Spiegeleier, Rühreier und so weiter. Also die Pfanne ist ordentlich groß vom Durchmesser her. Die hat hier innen einen Durchmesser von 29 cm. Also ordentlich groß. Wie gesagt, an die Haft beschichtet. Passt perfekt. Kann man auch als klassische Pfanne benutzen. Jetzt kommen wir zum letzten Zubehörteil, das es gibt. Das ist auch gleichzeitig das, was eigentlich am häufigsten gekauft wird. Und zwar wäre das der Pizzastein. Das wäre der hier. Ganz klassischer Pizzastein. Passt hier perfekt in die Öffnung herein. Habt ihr unten zwei Brenner dann unter dem Pizzastein. Zum Lieferumfang gehört auch nochmal ein Blech. Kann ich einmal dazu benutzen, um die Pizza von meiner Arbeitsplatte auf den Stein zu bringen. Und auch wieder umgekehrt, um die Pizza runterzunehmen. Und zum Lieferumfang gehört auch nochmal ein Pizzaschneider. Ist auch gleich dabei. Das Blech hat hier nochmal zwei kleine Griffe. Das heißt, ich könnte hier die Pizza fertig machen. Kann sie hier drauflegen. Kann auch kurz warten, bis der Teig ein wenig fest wird. Das ist häufig das Problem, wenn man Pizza am Grill macht. Dass der Teig einfach zu weich ist. Ein bisschen zu wabbelig. Da hat man dann Schwierigkeiten, den vom Schieber auf den Stein zu bringen. So kann ich das Blech hier drauflassen. Kurz warten, bis der Boden ganz leicht ein bisschen fest wird. Und kann das Blech dann herausziehen und die Pizza dann weiterbacken. Das sind nochmal alle Teile, die es gibt. Also einmal der Bock. Dann die Paellepfanne. Der Pizzastein mit dem Pizzaschneider. Und der Hähnchenbräter. Also gerade für den Bock finde ich super, da ich unter dem Bock zwei Brenner habe, die ich auf Vollast laufen lassen kann. Für die Pizza finde ich es auch super. Für den Hähnchenbräter auch. Gerade weil ich hier eben ein Hähnchen machen kann und hier noch indirekte Grillfläche habe. Und zusätzlich dann hier nochmal Grillfläche. Also finde ich top. Paellepfanne. Braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man eine Gussplatte schon dabei hat. Aber wie gesagt, Hähnchenbräter, Pizza, Stein und Wok finde ich eine gute Idee. Bedeut. 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 Bis zum nächsten Mal.